Ich war heute mit meinem Bruder am Stahl und hab ein bisschen für euch mitgefilmt. Da hab ich schon die Samba von der Wiese geholt und sie auch trinken lassen. Dann hab ich sie auch schon fertig gemacht und bin aufgestiegen. Und dann sind wir auch schon losgeritten, beziehungsweise mein Bruder ist mitgefahren und ich bin halt geritten. Können wir auch nochmal meinen Bruder sehen. Ich hab auch mit der Actioncam etwas mitgefilmt, das könnt ihr auch bald auf meinem Account alles sehen. Hier bin ich auch nochmal galoppiert, das hat richtig gut geklappt mit dem Fahrrad und der Samba. Mein Bruder war völlig fertig nach der Runde, weil es richtig viel berghoch ging. Danach haben wir uns eine kalte Cola gegönnt und sind dann nochmal auf die Wiese gegangen, um ein paar Videos zu drehen. Eigentlich wollten wir auch Bilder machen, aber mein Objektiv ist kaputt gegangen. Hier könnt ihr nochmal meinen Bruder sehen, wie der mit der Samba läuft. Dann haben die beiden zusammen gewartet, das sieht irgendwie voll süß aus. Und dann hat die Samba noch ihr Futter bekommen und dann hab ich sie auch zurückgebracht.